Hallo liebe Leute, heutzutage ich bin aus Wanderer auf der Map-Dschungel. Mal schauen was geht. Ob ich was reißen kann oder wie oder was. Mal schauen. Ich sehe das Tatsch jetzt. Ich sehe hier den Schlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da oben steht er noch. Auf die Umgebung. Auf die Umgebung. Ach, schreibe ich jetzt mal. Okay, gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wo ist das? Kommt hier aus. Denk nicht mehr weg. Er kommt weg. Demme, 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 demme. Er kommt weg. Er kommt weg. die formen platten empfehlen bevor mir steht was habe ich damit ausrichten oder und da gibt es abgesehen werden aber der flug für die bergene erfolge und japan keine schlackpanzer Krasse! Lass ihn da drüben! Scheiße, Kipfeier! Ich komm hier! Die Ringe! Der nimmt was! Ja! Wir brauchen eine Bombe! Der! 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 Damn it! Mh. Puhuhuhu. Ja, sorry. Nein, es ist auch wieder drin. Nein! Scheiße, Mann. Nein, die ist aufgemacht. Nein! Ja, fickt euch. Was soll ich machen? Hier geht grad. Ja. Ja, Wahnsinn. No, Alter, fickt euch. Ja, auch zu reparieren. Hilfe. Scheiße, Mann. Ja. Ja, ich weiß. Ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht gegangen. Ja, ich bin nicht gegangen. Nein, der helfe hat sich kommen wieder durch. Gut zu wissen. Zurück. Gut. Ich geh da hin. Die sind aber trocken, wenn die aufsteuert. Ach ne, 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 die irgendwie wegkommt. Wir kommen jetzt noch, wo hier eigentlich das Panzer ist und kein Auto. Nein, meine Fresse. Nein, meine Fresse, oh Mann. Gibt es nichts, in der Unterreise gar nichts. Oh, Mann, ey. Na, aber scheiße ist, ganz ehrlich. Ja, das ist jetzt immer die Scheiße. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir haben Worte. Das war's. . . . . . . . . Geh weg. F4 hat mir einen Plagg gemacht. Der Siemens-Dunklein-Panzer hat gerade gemacht. Ich glaube, der muss erscheinen. Das ist mal schämlich. M4 mit so einem labberigen Panzerflagg gemacht. Als ich ihn nennen würde, ein labberiger. Das ist mal so. Aber echt, so einen fetten M4. Ja, die Verdienung ist. Jawoll! Jawoll! Und Saras, Leute, danke fürs Zuschauen.